Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft in... wo sind wir denn hier? Na? Schlacht Ungeneas. Okay. Haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Ich hoffe mal. Hier ist ein Hexer. Schau mal ein Hexer. Ja. Perfekt. Ist so ein Mage. Fetish. Oh. Das ist hier heute richtig nice. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Runde auch so gut wird. Kann man hier nicht irgendwie eine Abkürzung nehmen? Leider nicht. Na ich denke mal. Wenn denn jetzt schon eine herausgefunden. Und das wäre bestimmt schon dann gemeldet worden. Weh. Mein Handy. Ist schon so spät. Kurz vor 10. Äh. 10. 11. Äh. Na ja. So. Dann seid ihr mal schön auf. Denn in 10 Sekunden geht es los. Das ist gleich prinzipiell immer wert. Erzähl es. Tausendpür vor Punkt. Da hat er zu wollen. Drei Sachen einzunehmen. Ja. Dann. Go, go, go. So. Dann werden wir uns gleich mal schön anschleichen. Oder? Hm. Dann haben wir eine Hexe dabei. Dann nehmen wir noch mal zusammen. Hallo. Yeah. Warte mal. Es sind alle mitgegangen. warum müssen wir keiner das kann doch nicht wahr sein die Ich glaube, wir sind hier auf den Stars, oder? da ist der mage hey, komm her mage wo sind die? wo sind die? wo sind die? alle Waffen wieder aufsatteln schnell zurück da sind schon die ersten hin gerannt hey, cool hier müsste in den abgenommen werden ja, dann dünn nochmal seine Leiche oh 73 Silber äh, 63 meh, ne bitte was für Verspreche heute so das ist doch schon mal richtig weiß wir haben hier zwei Basen einer war nicht brauchen wir auch nicht aber zwei haben wir auch schon geblieben ich hab blinder mal wieder ich auch mal und dann machen wir uns mal verstorben und warten 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 oh, ich bin gestern wiedergekommen von meinem kleinen Urlaub Familie besucht und da habe ich leider keine Zeit gefunden um einen Vlog zu drehen dass ihr euch leider kein Vlog gedreht aber hm 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 das war wohl nichts für mich Primatrix Ach, ich wollte gerade sagen, schafft der Jäger wieder Dann schreit mich Ah, das ist ein Stähl. 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 Das ist ein Stähl.